Welche Heilpilze sind besonders wertvoll bei Fibromyalgie, wie lassen sie sich einsetzen und wie kann ich die verschiedenen Heilpilze voneinander unterscheiden? Hi, ich bin Martin vom Team MedoMio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei uns. In diesem Ausschnitt aus einem Interview vom Fibromyalgie-Kongress mit Annette Bonson erfährst du aus einem Interview zwischen Annette und mir, welche Heilpilze besonders wertvoll bei Fibromyalgie sind, was du darüber wissen solltest und vieles mehr. Wenn du gerne mal weitere Infos und Videos von uns erhalten möchtest, immer auf dem laufenden Stand bleiben möchtest, dann vergiss nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß mit diesem kleinen Interview-Ausschnitt. Du wirst sicher einiges Neues über Heilpilze lernen und vor allem ihre Rolle bei Fibromyalgie. Wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß dabei. Das wäre der Maitake, links wild, rechts kultiviert. Also wild, der kann auch mal zwischen drei und sechs Kilo schwer werden. Also Maitake ist japanisch und heißt Tanznerpilz. Wahrscheinlich, weil wenn man den Wildsexemplar gefunden hat, dann tanzt man vor Freude, weil der so selten und wertvoll ist. Der hat eher seinen Schwerpunkt einmal auf dem Stoffwechsel, also wird auch für den Gewichtsverlust erfolgreich eingesetzt, scheint den Grundumsatz zu stärken, senkt Cholesterin. So, dass man Gewicht verliert oder dass man es nicht verliert? Damit man Gewicht verliert. Damit man verliert, okay. Also regt den Stoffwechsel an, senkt Blutzucker, Cholesterin und Blutfett sehr effektiv und alles für das Immunsystem eigentlich auch. Enthält ein paar Glykoprotein, also Proteine mit einem Kohlenhydratanteil, die sehr, sehr effektive Immunmodulatoren sind. Und Extrakte aus dem Maitake werden beispielsweise in Japan bei bestimmten Krebsarten als Infusion eingesetzt. So hoch werden die da angesehen. In die Vene, da hätte ich jetzt aber Mordsrespekt. Also Extrakte aus Reishi, Shitake, Maitake und Schmetterlingstramete werden in China und Japan bei manchen Krebsarten eingesetzt. Und Maitake-Extrakt, also hoch, rein, Arzneimittelqualität, auch als Infusion bei Krebs im Endstadium. Da ist man schon ein bisschen weiter, auch was die Forschung angeht. Wow. Genau. Ja, also sieht auch relativ schön aus. Und eben Schwerpunkt Immunsystem, Stoffwechsel. Aber wer, da habe ich schon ein paar sehr interessante Erfahrungsberichte jetzt bekommen von Patienten, die einfach nichts an ihrer Ernährung geändert haben, aber Maitake-Extrakt genommen haben, zusammen mit ein bisschen Chordyceps und wirklich nebenher Gewicht verloren haben, und zwar nicht wenig, hat mich immer wieder überrascht. Aber so die wichtigste Schwerpunkt ist eigentlich Immunsystem und generell metabolische Gesundheit. Ja, aber man muss ja auch sagen, es ist nicht nur Disziplinlosigkeit, wenn man nicht abnimmt, sondern es ist einfach ein Stoffwechselproblem. Und wenn du jetzt plötzlich dein Immunsystem so gepäppt hast, dann lagert das nicht so viele Zytokine ein. Zytokine P ist ja auch für den Schmerz oft verantwortlich. Und dann nimmst du ein, ab, weil es ist ja oftmals, ist dieses Gewichtszunehmen ja nur eine Reaktion des Körpers auf die stille Entzündung. Also es macht schon Sinn. Genau, genau. Sehr schön gesagt. Weil wir Pilze dann auch eine der effektivsten Sachen sind, um chronische Entzündung zu lindern. Ja. Und das nicht nur wegen den Antioxidanzen, sondern auch, weil sie die Ursachen mit angehen. Und das ist halt ganz wichtig in der heutigen Zeit. Genau, Shytake. Er ist neben dem weißen Champion der wichtigste Speisepilz der Welt. Und gerade in Asien der wichtigste Speisepilz. Hat auch so einen Schwerpunkt an Stoffwechsel und Immunsystem. Und wird da auch sehr, sehr gerne mit Maitake zusammen kombiniert. Denke ich, haben die häufigsten schon mal irgendwo gesehen oder probiert. So sieht es aus, wenn man ihn im Garten auf Hölzern kultiviert. Also er ist da auch sehr, sehr ergiebig. Genau, Schwerpunkt so Immunsystem, Stoffwechsel, Cholesterin. Also er enthält auch einen Stoff namens Erythardinin, der die Cholesterinsynthese hemmt. Und der auch wie ein Thrombozytenaggregationshemmer wirkt. Also er hat auch verschiedene Schwerpunkte im Körper. Und ist auch als Speisepilz sehr häufig zu bekommen. Und denke ich, eine einfache und gesunde Möglichkeit, mehr Gesundheit in den Alltag zu bringen. Thrombozytenaggregation bedeutet, dass euch die Gefäße verstopfen. Und dafür nimmt man bisher, neben eure Großväter, Großmütter, dieses kleine Aspirin, dieses ASS-100, dieses Protect. Genau. Indirekt auch als Blutverdünner würde es eine Alternative zu Makroma oder Barferin darstellen. Müsste dann allerdings langsam ausgeschlichen werden. Ja, also genau. Die Verantwortung will eigentlich keiner tragen. Ja, genau. So was zu sagen, aber die sind einfach so gefährlich, diese modernen NOACs, dass Marco Mar schon fast harmlos dagegen ist. An den NOACs verbluten meine Patienten im Dorf. Und egal, wenn sie schon einmal schier verblutet sind, die Uniklinik gibt es denen einfach nochmal. Das ist eine echte Plage. Aber da liegt die Pharma-Lobby dahinter, hundertprozentig. Das ist der Skandal des Jahrhunderts, die heißen NOACs und keiner weiß mehr, dass er Blutverdünnung nimmt. Man kann nichts am Blut feststellen. Und die verbluten nach einem Sturz, so alte Menschen, manchmal bis zu sechs Wochen danach, wo man nichts gefunden hat in der Uniklinik. Sechs Wochen danach, weil ich es wie eine Wand, ein bisschen vielleicht eintam lebend, kapierst du nicht, dass sie nach innen verbluten. Oder nach einem Zahnziehen zwei Wochen künstliches Koma. Also nur, dass ihr wisst, es gibt auch echt gefährliche schulmedizinische Medikamente, wo es einfach besser ist, wenn in Pflanzenmedizin, auch wenn wir jetzt hier nicht empfehlen, dass man sowas ersetzt. Aber man kann ja auch, wie gesagt, Marco Mar nehmen. Das ist nicht ganz so gefährlich wie diese NOACs. Vielleicht an der Stelle noch eine Ergänzung. Wenn ein Arzt oder viele Ärzte, wenn sie irgendwas nicht verstehen oder nicht wissen, dann warnen sie ja davor. Und die warnen ja auch von Nahrungsergänzungsmitteln oder Extrakten, weil ja nicht einzusehen ist, wie die mit Medikamenten oder mit der Gesundheit generell interagieren. Vor allem, wer ein paar Erkrankungen hat und mehrere Medikamente gleichzeitig einnehmen muss, also die Interaktionen sind auch nie untersucht worden. Also es ist sicherer, Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, gerade so Extrakte, als fünf, sechs verschiedene Medikamente gleichzeitig einzunehmen, wo man überhaupt nicht weiß, wie die miteinander interagieren. Und gerade Pilze sind da sehr sicher. Da wurde untersucht, wie die sich mit gängigen schulmedizinischen Therapien vertragen. Unterstützen sie eher noch, lindern die Nebenwirkungen, aber es kommt zu keinen Interaktionen, es kommt zu keinen Überschneidungen oder Abbau im Lebermetabolismus. Also es ist sehr, sehr sicher auch, wer schon Medikamente oder bestimmte schulmedizinische Therapien erfährt. Genau, der Mandelpilz, der hat ein bisschen was vom Champignon, gehört auch zur selben Art. Also Agaricus ist die Champignon-Artigen, hat seinen Schwerpunkt auch im Immunsystem, ist immunbalancierend, also Immungleichgewichte, wenn die verloren gehen, was ja bei Autoimmunerkrankungen, bei allergischen Erkrankungen der Fall ist. Wenn es TH1-TH2-Gleichgewicht verschoben wird. Bei Immunschwäche sind sie sehr effektiv. Auch bei viralen Infekten, also Reishi plus Mandelpilz, ist eine sehr, sehr effektive Kombination zur Virusabwehr. Also die Leute, die so chronisch Epstein-Barr-Virus haben, chronisch Zytomegalie haben, hören jetzt ganz genau zu. Genau, also Reishi plus Mandelpilz oder Reishi plus Cordyceps sind also beide unglaublich starke antivirale Lebensmittel. Und da weiß man mittlerweile auch schon, was die machen. Also gerade Reishi und Cordyceps enthalten beide Stoffe, die die Enzyme hemmen, die Viren brauchen, um den Wirt zu befallen und sich dort fortzupflanzen. Also die hemmen wirklich auch die Fortpflanzung der Viren in den Zellen, hemmen auch das Andocken des Virus an die Wirtszelle, ähnlich wie Zistrose. Also das ist auch was ganz Wichtiges jetzt für den Winter und für die nächsten Grippen oder Corona-Wellen, die dann noch auf uns zukommen. Das sammelt man ja auch nicht selber, weil das Champignon ja immer ähnlich aussieht wie der Knollenblätterpilz. Also das kauft man sich dann. Genau, genau. Genau, das ist die Schmetterlingstramete. Der ist auch bei uns sehr, sehr häufig im Wald. Gerade so, wenn so mehrere Baumstämme am Wegesrand im Wald liegen, dann bilden sich häufig am Rand hier so kleine Boppel. Das ist Schmetterlingstramete. Es kann nicht verwechselt werden. Es gibt verschiedene Arten in Deutschland, die verschiedene farbliche Ausprägungen haben. Aber wenn sie so einen weißen Rand haben, gerade so ein weißer an der Unterseite sind, ist es eigentlich immer Schmetterlingstramete. Kann auch rohgegessen werden. Nennt sich Kaugummi des Waldes. Ist aber auch, wer ein Extrakt nehmen will, eine der stärksten immunstärkenden Lebensmittel, die es gibt. Ist in Europa nicht zugelassen als Lebensmittel. Gilt noch als Novel Food, obwohl es schon seit den 80er Jahren in Asien eingesetzt wird in der Schulmedizin. Das sind die Europäer halt irgendwie sehr langsam. Also den Gips, den sollte man, der ist offiziell nicht zum Verkauf zugelassen in Deutschland. Den sollte man dann eher wild sammeln. Aber, also der heißt Schmetterlingstrameter eben, weil es Form einer Trameter hat, eines Blasinstruments und sehr farbenfroh sein kann. Der ist sehr häufig zu finden und kann quasi nicht verwechselt werden. Also den gerne sammeln, trocknen, einen Sud draus machen. Da braucht man auch keinen Dual-Extrakt, da reicht einen Heißwassersud. Und ja, wohlbekommst. Wie schmeckt der? Der schmeckt pilzig, aber sehr angenehm und den kann man wirklich wie ein Kaugummi kauen. Ist das was Einjähriges? Also manchmal sind ja diese Pilze, die ich im Wald finde, die sind schon so uralt, dass ich mich davor ekle. Also das Exemplar hier wäre was, das wäre was Mehrjähriges. Aber gerade so die jungen Exemplare, die sind vielleicht zwei, drei Monate alt. Okay. Ja. Das hier wäre auch was Mehrjähriges, also ein größerer Stumpf. Und das war es mit dem heutigen Interviewausschnitt. Heilpilze bei Fibromyalgie sind ein sehr, sehr spannendes Thema. Sie können nicht nur die Schmerzen und Entzündungen lindern, sondern eben auch verschiedene Ursachen der Fibromyalgie sehr gut angeben. In diesem kurzen Ausschnitt hast du erfahren, welche Heilpilze bei Fibromyalgie wertvoll sein können. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Wenn du gerne einmal weitere Infos von uns erhalten möchtest, keine neuen Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere bitte diesen Kanal. Den Link findest du unter diesem Video. Und wenn du selber bereits Erfahrungen hattest mit Fibromyalgie und Heilpilzen, dann würden wir uns sehr über einen Kommentar von dir freuen. Lass die Community von deinem Erfahrungs- und Wissenschafts teilhaben. Und wenn du selber hier Erfahrungen hast, von denen andere profitieren können, dann lass uns gerne einen Kommentar da. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, noch einen schönen Tag und wenn du möchtest, sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. 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 Mach's gut.